Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien.TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute sprechen wir über Earnings-Trades. Das heißt also alle Trades, die es rund um die Berichtssaison gibt. Und ich will euch verraten, warum wir persönlich hier bei uns im Büro keine Earnings-Trades mehr handeln. Und warum ihr euch auch ganz genau überlegen solltet, ob ihr das in Zukunft noch machen wollt. Also wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt dran. Jetzt geht's los. Ich habe es in den Foren gesehen. Wir haben ja selbst mehrere Gruppen auf Facebook, unter anderem unsere große Gruppe, die Optionshändler, mit mittlerweile über 4000 Mitgliedern. Das ist sensationell. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie viele Leute da mittlerweile dabei sind. Das ist bedenkt, wir haben da mal bei Null angefangen und jetzt innerhalb von wenigen Jahren ist es mit diesem Nischenthema so groß geworden. Optionshandel, das ist mittlerweile was in Deutschland. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass wir da auch was angeschoben haben. Und jetzt habe ich in diesen Foren, in diesen Gruppen gesehen, dass in den letzten Tagen geht wieder die Diskussions los mit den Earnings-Trades. Das heißt also Strattles, Strangles und so weiter und so fort. Und die ein bisschen länger schon dabei sind, die wissen das. Wir handeln keine Earnings-Trades mehr. Wir haben das früher ganz, ganz viel gemacht. Und mittlerweile sagen wir, nein, das macht keinen Sinn mehr. Und warum das so ist, das will ich euch heute in diesem Video erklären. Und vielleicht auch mal am Anfang ganz kurze Einführung, was gibt es überhaupt für verschiedene Prinzipien rund um die Earnings-Trades. Und das hat natürlich alles was mit Volatilität zu tun. Stellt euch einfach vor, ihr seid der Besitzer einer Aktie. Also ihr habt irgendwelche Aktien und viermal im Jahr ist ja in Amerika Berichtssaison. Das heißt, da werden diese Quartalsergebnisse verkündet. Und es kommt natürlich immer ziemlich kompakt zur selben Zeit. Das heißt also innerhalb weniger Tage, Wochen berichten Tausende von Unternehmen. Und wenn du jetzt eben eine Aktie hast und du hast vielleicht relativ große Bestände sogar in dieser Aktie, dann ist es ja oftmals so, dass du sagst, okay, was ist denn jetzt, wenn die Zahlen nicht so gut sind? Was wird dann passieren? Zum Beispiel das, was du hier auf diesem Chart siehst, das ist die 3M Company. 3M, ein Unternehmen aus dem Dow Jones, Symbol ist MMM. Und die hat sich langfristig ganz, ganz hervorragend entwickelt. Aber hier zuletzt bei den Quartalszahlen etwas enttäuscht. Und dann kam natürlich hier gleich ein riesiger Abschlag über 10%, ich glaube 12% waren das an einem Tag. So, und solche Entwicklungen gibt es ja immer wieder bei allen möglichen Aktien. Das gab es kürzlich bei Coca-Cola, das gibt es viel bei Technologieunternehmen, das gibt es bei allen möglichen Sachen. Und dadurch, dass das Investoren im Hinterkopf haben, stellen sich natürlich immer wieder die Frage, okay, was ist denn, wenn mein Unternehmen, was nächste Woche oder in 14 Tagen oder in 4 Wochen Zahlen bringt, wenn das auch so schlechte Zahlen bringt, dann kann es doch passieren, das Ganze springt nach unten. Und was passiert also dann? Diese Investoren fangen an, Absicherungen zu kaufen. Absicherungen sind nun mal was? Genau, Optionen. Und dadurch, dass immer mehr Investoren reinkommen und sagen, okay, je näher der Termin ran ist, ich muss mich mal nach Absicherungen, ich muss mich mal hatchen, umso mehr werden Optionen gekauft. Und da passiert jetzt Folgendes, immer wenn nach einem Produkt die Nachfrage steigt, und letztendlich ist eine Option nur ein Produkt, dann werden die Preise teurer. Und das geschieht hier bei den Optionen über die sogenannte implizite Volatilität, das heißt, die Volatilität steigt an. So, und dieser Volatilitätsanstieg, das ist das Geheimnis hinter jedem Earnings-Trade. Egal welcher es ist, es geht immer nur um diese Volatilität, denn es gibt, das können wir hier mal gleich ein bisschen skizzieren, es gibt im Grunde nur zwei Strategien, wie du Earnings handeln kannst, und zwar Nummer eins, indem du darauf setzt, dass du schon deutlich vor den Earnings Volatilität kaufst, das heißt, du kaufst Optionen, das wird zum Beispiel dann über Long Strattles gemacht, also da heißt ein Call und ein Put am Geld kaufen beispielsweise, und da setzt du eigentlich darauf, dass die Volatilität steigt. So, das ist die eine Strategie, die passiert vor den Earnings. Und die andere Strategie, die passiert eigentlich genau zu den Earnings, nämlich, dass man sagt, ein oder zwei Tage zuvor, du verkaufst eine gewisse Range, also, dass du sagst, okay, du verkaufst zum Beispiel, was weiß ich, hier sind jetzt die Earnings angekündigt, und jetzt sagst du, ich verkaufe hier oben einen Call und ich verkaufe hier unten einen Put, oder diejenigen, die sagen, ah, ich bin da ein bisschen risikoavers, die machen vielleicht eher einen Spread oben und unten. Und was ist da die Idee? Dass bei den Earnings eben nichts passiert, dass die Zahlen relativ moderat ausfallen, weder positiv noch negativ überraschen, und dann Folgendes passiert, nämlich, dass dann der sogenannte Wohler-Crash einsetzt, das heißt, dass die Volatilität wieder runtergeht. So, und statistisch betrachtet ist das ein Trade, der funktioniert, genauso wie statistisch betrachtet das ein Trade ist, der funktioniert. Und was ist aber das Problem mit jeder Statistik? Und das ist auch der Grund, warum wir diese Strategie nicht mehr handeln. Und zwar, wir haben besonders diesen Trade hier sehr, sehr häufig gemacht. Wir haben den jahrelang gehandelt. Und das bedeutet aber auch, und das ist, glaube ich, das, was viele Privatanleger vollkommen unterschätzen, mit welcher Frequenz du da handeln musst. Das bedeutet nämlich, dass du in dieser kurzen Zeit, also, sagen wir mal, wenn diese heiße Phase der Earnings, das sind vielleicht vier Wochen ungefähr, da musst du wirklich Trades aufsetzen, einen nach dem anderen. Und auch nicht nur einen am Tag, sondern da musst du zehn Stück am Tag machen, am besten. Warum? Damit du auf eine hohe Anzahl von Trades kommst. Weil, wenn dir nämlich das hier passiert, also mal angenommen, du hast dann hier unten irgendwo einen Put verkauft, oder selbst wenn du hier einen Spread verkauft hast, weil so ein Verlust, den du hier erleidest, und du erleidest dann einen Verlust, das ist ganz klar, der macht dir viele andere Trades kaputt. Und wenn du jetzt sagst, okay, während so einer Earnings-Season, und die geht vielleicht, sagen wir mal, 30, 40 Handelstage, sagen wir mal 30 Handelstage, und du machst jeden Tag zehn Trades, dann machst du 300 Trades. Und dann kannst du es auch mal erlauben, dass es da mal vielleicht fünf oder zehn zerschießt, wenn überhaupt, vielleicht fünf oder so, die wird es dir dann zerschießen. Aber in der Summe hast du trotzdem Geld verdient, und das auch gar nicht so schlecht. Das erfordert aber, dass du in dieser Zeit wirklich jeden Tag Trades aufsetzt, jeden einzelnen Tag. Das heißt, wann musst du am Rechner sein? Du musst von Montag bis Freitag immer kurz vor Eröffnung der Börsen da sein. Das heißt, also 15.15 Uhr musst du deinen Plan fertig haben, weil, wenn die Zahlen, die vorbörslich kommen, musst du ja sofort reagieren, wenn hier was passiert. Das bedeutet, du bist die nächsten vier bis sechs Wochen jeden Tag 15 Uhr am Rechner. So, bedeutet aber auch, dass du immer abends da sein musst, kurz vor 22 Uhr, weil du dann wieder neue Trades aufsetzen musst, nämlich für all die Firmen, die dann in der Nacht oder am nächsten Morgen dann berichten, um eben diese Schlagzahl einfach zu haben, dass du diese Frequenz hast, dass du wirklich viele, viele Trades hast. Und ich lese bei uns immer in den Gruppen dann, ich habe gestern einen Trade gemacht, auf den die Firma ist vollkommen in die Hose gegangen und ich weiß nicht, ob ich das mit dem Earnings-Trading weitermachen soll. Wohingegen eben ein Händler, der das professionell macht, der zieht die Dinge einfach durch. Das heißt, er sagt, okay, heute zehn Stück gemacht, einer in die Hose gegangen, Tagesverlust. Nächsten Tag zehn Stück gemacht, keiner in die Hose gegangen, Tagesgewinn. Und dann macht er das Tag für Tag für Tag. Wir neigen aber dazu als Private, weil wir die Schlagzahl nicht machen wollen oder die Schlagkraft vielleicht auch finanziell nicht haben, weil wir es uns gar nicht leisten können. Gerade wenn das jemand macht mit einem kleinen Konto. Also Zehntausender Konto und dann irgendwie Earnings-Trades machen, ist Irrsinn, weil es ist nicht Irrsinn. Es funktioniert ja, wenn du es zum Beispiel über Iron-Kontos machst, dann kannst du auch zehn Stück am Tag machen. Weil das kriegst du von der Margin ja hin. Aber die meisten machen nur ein oder zwei Trades dann und dann vielleicht noch ein oder zwei Trades in der Woche. Und wir neigen, das wollte ich eigentlich sagen, wir neigen nun mal dazu, uns dann immer die Firmen herauszusuchen, die uns gefallen. So eine 3M, die Firma kennen wir ja. Du musst es aber in allen möglichen Firmen machen. Du musst schauen, welche Sektoren kommen an dem Tag. Du musst in die Vergangenheit schauen. Das heißt, das ist ein riesiger Aufwand, den du da betreiben musst. Und ich behaupte einfach, dass 99 Prozent der Privatanleger nicht die Ressource Zeit haben oder selbst wenn sie sie hätten, nicht bereit sind, diese Ressource einzusetzen, um hier statistisch auch wirklich erfolgreich sein zu können. Sondern wir greifen uns quasi so einzelne Trades heraus. Das kann gut gehen, aber da kennt ihr Murphy's Law, was schief geht, geht schief. Von 300 möglichen Trades greifen wir uns zehn Stück raus und von den 300 Trades gehen zehn direkt in die Hose. Und wie viel haben wir davon erwischt? Drei. So, jetzt ist aber ein Unterschied, ob du 300 Trades machst ein Zehn gehen schief oder ob du zehn Stück machst und ein Drei gehen schief. Und deswegen empfehlen wir auch, wir haben das früher gemacht, im Webinar für kleine Konten, wer das will, kann man immer noch kaufen bei uns auch. Aber wir sagen auch ganz explizit, diese Strategien handeln wir nicht mehr. Und zwar nicht, weil sie funktionieren. Die funktionieren 100 Prozent. Aber wir glauben einfach, dass die meisten Privatanleger diese Trades nicht umsetzen können. Und warum machen wir es nicht mehr? Ganz einfach, weil wir zu Fall geworden sind. Nein, wir machen es einfach nicht mehr. Wir wollen das nicht mehr. Wir wollen diesen Arbeitsaufwand nicht mehr betreiben, weil wir mittlerweile andere Möglichkeiten auch haben. Und wir wollen einfach nicht mehr wochenlang, auch abends immer so lange da sitzen, jeden Mittag da sitzen, auch am Freitag. Normalerweise, wenn bei uns Freitag nichts ist, sind wir hier auch um 15 Uhr verschwunden. Und früher saßen wir wirklich je Tag für Tag für Tag für Tag für Tag saßen wir dann da bis abends um 10 Uhr, am nächsten Tag wieder früh da. Und wir haben dann einfach mal gesagt, okay, komm, gibt es nicht eine andere Möglichkeit, das Geld zu verdienen. Und die gibt es definitiv über andere Trading-Möglichkeiten. Entscheidet das für euch selber. Es ist meine subjektive Meinung, warum ich keine Erdnungsmehr handel. Wenn ihr das aber macht, dann denkt daran, ihr müsst eine hohe Schlagzahl fahren, damit ihr einfach die Statistik auf eure Seite ziehen könnt. Wenn ihr nur euch einzelne Trades raussucht, dann ist das so ein bisschen Angeln im Trüben und das geht meistens nicht gut. Wenn ihr Fragen zu Strategien habt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Diskutiert über dieses Thema Earnings. Und wenn ihr wissen wollt, eine Earnings-Strategie, die funktioniert, wenn ihr sagt, nee, ich will das auch trotzdem mal ausprobieren, kleine Konten-Webinar und wer da das Platin-Paket kauft, da sind sogar die ganzen alten Ausgaben noch mit dabei. Also 1, 2, 3, 4 und 5. Das heißt, da kriegt ihr 5 Webinare zum Preis von eigentlich einem und da habt ihr auch die ganzen alten Strategien dabei. Also wenn ihr das wollt, schaut euch das mal an. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.